hallo ist der martin von money maquis das die dax analyse für nun donnerstag den 15.06.2023 und ja das heutige bild dient ausnahmsweise eher mal dem trader verhalten was man vom markt beobachten kann es ist sehr auffällig wie viele sich den markt noch short recht zurecht treten also wie viele auch seit tagen eigentlich erzählen wie richtig das ist dass sie short handeln so nach dem motto ich sehe nicht was der markt macht ich will es nicht wahrhaben andere die hast du allerdings auch schon gar nicht mehr die waren vor tagen sehr überzeugt dass man short halten sollte und auch gehen sollte und auch durchziehen muss jetzt von denen hört man gar nichts mehr und dann gibt es auch die anderen die nichts hören wollen also passt und finde ich wirklich sehr schön hier drauf momentan und gibt noch ein bisschen grund zur vorsicht einfach noch nah an die so so viele noch mit dem kopf so quer dagegen stehen gegen die aktuelle bewegung und sich das immer wieder rechtfertigen wie short denn der markt doch gerade ist obwohl er halt wirklich punkt für punkt für punkt immer weiter nach oben geht das heißt wenn ich den long egal wo ich ihn gezündet habe einfach liegen lasse und einen short liegen lasse dann geht mir der long immer weiter in gewinnen 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 während meine verluste immer größer werden wenn ich auf short setze und wenn dann aber die meinung die ist dass der markt ja eigentlich quasi die 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 käufer veralbert oder oder nicht bedient oder wie auch immer ist das eine falsche wahrnehmung das muss man schon so sagen also wer nicht erkennt dass der markt hier jetzt nach oben gelaufen ist die letzten drei tage der muss halt wirklich ein bisschen aufpassen dass er nicht zu sehr für seine positionen denkt die offen sind das ist nicht gesund das ist nicht gesund ja also es ist vollkommen gesund den markt bis neutral zu betrachten dass man nicht unbedingt sagt was hier immer nur long 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 man darf auch short handeln ja aber es ist einfacher aufwärtstrend wenn der markt aus seiner korrektur auftritt um sich long zu bedienen und ich glaube den tenor haben wir hier auch in analysen die letzten tage immer wieder mitgegeben so lange wie die kiste sich jetzt ja ich glaube wo haben wir gesagt 26 nicht über 26 habe ich gesagt kommt bei mir ganz klar die rosa brille auf dann wird nur lang gesucht da wird nichts short drin rum gefummelt das haben wir seit tagende so erzählt und vorbereitet weil der markt eben leicht bis zum allzeithoch und auch deutlich drüber hinausgehen kann jetzt sind wir genau ans allzeithoch gestoßen das ist auch normal dass er sich da dran reibt da dass er dann ein bisschen drum herum zuckelt das vollkommen in ordnung wenn wir in die update schauen die mir die die leute bei uns per e-mail noch bekommen war von 330 als rücklaufniveau die 240 benannt na genauso wie am vortag die 16 120 16 100 benannt und am vortag die 60 20 also bis jetzt was macht er genau er steigt bis zum nächsten ziel die ziele waren auch klar 120 war klar 200 jetzt die 330 als er bedient immer wieder die ziele oben und kommt dann genau auf den rücklauf runter das schon den dritten tag in folge machte das jetzt weiter und spielt zum donnerstag sogar noch mit dann könnten wir noch mal frühen anstieg vormittags anstieg rein in die 365 bis 400 kriegen er 365 400 ist kein muss die 365 wäre mir wichtiger und dann würde ich dort mal auf eine rote stundenkerze achten ja donnerstage haben sehr sehr viel gewalt auf beiden seiten können wirklich kräftig kräftig durchwirbeln und im überraschungsmomentum zeigen immer wieder überraschungsmomentum das sieht man an donnerstagen sehr häufig dass die sich in bereiche vorwagen die man in dem moment dann gar nicht mehr unbedingt gesehen hätte und die gewalt könnte ich mir hier vorstellen dass er wirklich oben erstmal noch ein paar stop loss holt ja dass sie oben einfach noch ein paar raus kegelt die die sich hier ein bisschen in sicherheit gewogen haben mit dem letzten hoch die da einfach ein bisschen sicherheitsabstand und stop loss drüber gepackt haben die hier noch wegräumen 365 irgendwie 400 in die zone reintakt wenn dort eine rote stundenkerze h1 kommt dann wäre ich äußerst vorsichtig und würde gegebenenfalls eine long position vielleicht sogar kurzfristig zurückstellen vielleicht sogar einen short probieren aber mit stop loss über der kerze dann absichern denn wenn er das signal negiert das heißt er macht hier eine rote stundenkerze und läuft anschließend grün drüber oder er nimmt einfach nicht an ja drückt einfach weiter hoch kann der markt auch direkt weiter durch powern bis zur 94 das schaffte sogar am donnerstag das ist drin das ist erreichbar ja und da möchte ich dann nicht unbedingt in der weiteren trendfortsetzung lang drin stehen das heißt ich würde dann wirklich bloß die eine kerze short antreten oder oder einen long absichern in dem moment wo es hier in dem bereich halt zu einer kräftigen aussagekräftigen roten stundenkerze kommt zurück kann er von dort theoretisch sogar noch mal bis auf 16 1 20 wäre ganz schön sportliches programm wäre auch eher vielleicht sogar der fall wenn wir zum donnerstag direkt unter 230 weiter abkippen 200 abkippen und gar nicht hier oben rein laufen dann bleibt 120 hier support und er kann den markt auch super wieder nach oben drehen sollte er von hier oben 365 nicht ganz so weit kommen wäre für mich ein mindestziel dann wenn 365 wenn er in den aufwärtsgep zum beispiel kommt das gap zuzumachen 285 das wäre mindestziel und dann einmal hier drunter stechen unter die 240 kann aber dann auch schon plus eine 220 sein und dann sich schon wieder aufzudrehen und hier wieder irgendwie mittig zurückzulaufen ja also mein favorisiertes szenario zum donnerstag wäre also weiter hoch 365 rote stundenkerze reinklopfen wieder zurück gelb zu machen wenn aufwärtsgep gekommen ist einmal drunter boxen 200 220 auch wie so in den dreh grüne stundenkerze und von der grünen stundenkerze einmal wieder zurück in die mittel oder bis ans tag ist auch sogar das wäre für mich das typischste bild was er zum donnerstag bauen kann ja das ist etwas was wir sehr oft an einem donnerstag sehen vom bewegungsmuster vom verhalten her würde ich jetzt hier quasi so in dem sinne dann auf der roten stundenkerze hier oben traden oder auf der grünen stundenkerze hier unten unter dem tief traden ja wenn hier von hier unter dem tief eine grüne stundenkerze kommt die würde ich auch auf jeden fall probieren wollen ich persönlich ja jetzt keine empfehlung für euch aber einfach ein bisschen wie ich damit umgehen würde so das wäre die erwartungshaltung hier bricht er uns weiter durch bleibt er nur auf roten stundenkerzen baut hier keine grüne kann das wie gesagt gut und gerne auch auf 16 1 20 zurück im allergrößten extrem hätten hier unten als hier den gelbkloss bei 9 75 aber dafür müsste das müsst ihr eigentlich über den freitag dann noch probieren dann müssen dann noch das komplett nach unten durchziehen jede mögliche erholung ab abwürgen und dann könnt ihr zum freitag das hier unten ansteuern und das heißt ich bin hier tatsächlich in dem bereich ein bisschen wie soll man sagen offener für größere short ziele weil wir ein großes wichtiges niveau angelaufen haben und wenn der markt an einem alten allzeithoch zu einem doppeltop tendiert also wirklich aktiv das letzte hoch verkauft dann kann das immer ein bisschen mehr bewegung nach unten raus ziehen ja das heißt in so dem moment nehm sag ich dann auch okay was juckt es mich jetzt wenn die anderen alle short denken alle short wollen ich glaube persönlich schon dass er es leichte oben raus hat weil die leute viel zu quer drin stehen aber es wäre für mich kein hinderungsgrund dem markt vielleicht sogar short zu folgen wenn er hier die signale bietet weil die situation es zulassen würde okay hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt aber ich muss es so neutral wie möglich für euch formulieren damit ihr für euch den größt besten nutzen rauskriegt ja und ich sag mal normal szenario wäre einmal hier oben über das hoch drüber rote stundenkerzereien einmal unter das nachmittags tief drunter grüne stundenkerzereien wieder zurück nach oben rote stundenkerzereien zurück und grüne stundenkerzereien und dann hier schön dazwischen aufschwingen das wäre für den donnerstag klassiker kriegen wir nur grüne stundenkerzen hier oben raus ohne die grote kein short für mich weil 490 erreichbar gleiche unten raus na rote und unten raus ohne grüne signalgebende stundenkerzen in dem bereich oder ein abverkauf der erholungsbewegung würde ich dann aber eher erwarten dass wir zum donnerstag unten bleiben und zum freitag sogar noch einen schnapps tiefer gehen vielleicht sogar richtung 16.000 wieder ja soweit meine erwartungshaltung ich weiß nicht was kommt habe keine glaskugel ja würde deswegen einfach versuchen bis in den stundenchart im blick zu behalten gucken wir in den beiden bereichen abschneidet und stänge dann kann man schon ganz viel mitnehmen und einfach versuchen der bewegung zu folgen nicht so gegenstehen nicht so naja der fällt doch der fällt doch der fette wenn er steigt ja das ist das ist quatsch ich kann auch schorten wenn er fällt ja ich muss mich immer gegen die bewegungen hinstellen wie passiert es mir im zweifel dass ich die ganze zeit immer erst mal short immer erst mal im minus sitze im minus sitze im minus sitze weit 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 im minus sitze hunderte punkte im minus sitze dann irgendwann in gewinn kommen und dann realisiere ich mit weiß nicht 50 60 punkten gewinn das ist zu mühselig und und ist einfach zu uneffizient im trading jetzt machen aber ganz ganz viele das ist so instinktiv das was die meisten machen die gehen irgendwo short dann gucken sich das 500 punkte im minus an finden das okay weil der markt ja eigentlich short ist die nachrichten sind schlecht finden das vollkommen okay und dann kommen sie in gewinn und brechen dann hast den relativ kurzfristig ab und haben damit ein unheimlich schlechtes chance risiko verhältnis eigentlich was sie für sich selber handeln und dann kommt dann auch nicht viel bei raus wie wenn ich es andersrum machen würde wenn ich sagen würde okay ich wirke das ding halt mit 40 30 50 60 70 punkten ab wenn es nicht läuft lasst es aber auch mal ein paar hundert punkte für mich laufen wenn es funktioniert dann geh halt auch mal zwei 300 400 500 punkte im gewinn nicht mit unbedingt einem trade und vielleicht auch stück für stück neu zusammengesammelt über zwei drei setups dann habe ich einfach mehr von aber dafür muss ich mit der bewegung mit der bewegung dafür muss ich aber auch aktiv gucken wie bewegt sich der markt und uns die augen offen haben die ohren offen halten und keine ahnung wie ich das mit dem mund jetzt argumentieren kann aber seid vernünftig bleibt vernünftig guckt guckt auf die bewegung versucht mit dem markt zu handeln nicht dagegen das ist viel viel einfacher als andersrum wirklich das kann man als empfehlung einfach nur mitgeben das ist einfach so ich kenne das noch von früher ich weiß wie das ist ich weiß wie man sich verbohren kann im kopf wie wie man sich verstorben verbocken kann mit den signalen handeln ist aber viel 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 einfacher man kriegt sich alles zurecht geredet aber einfacher ist es einfach wenn man mit dem markt okay gut punkt dann machen wir hierzu ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen am donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder bis dann tschüss geht es Vielen Dank.